Was ist das für ein Teil? Heute zeige ich euch, wie ich mein Handbike ein- bzw. auskupple. Das Handbike wird an meinen Rollstuhl rangezogen, indem ich es an der Kurbel auf der linken Seite und ein Stück am Plastik auf der rechten Seite festhalte. Vorher ziehe ich den Sicherungsstift aus meiner Kupplung. Danach schiebe ich das Handbike in meine Kupplung rein, mache den Sicherungsstift wieder fest und kippe das Handbike mit dem Rollstuhl an. Die Vorderräder vom Rollstuhl sind leicht angehoben und dann kann die Fahrt mit dem Handbike losgehen. Wenn ich nach Hause zurückkomme, passiert das Ganze umgekehrt. Das war mein Handbike zum nächsten Tisch. Das war mein Handbike. Ich weiß, wie ich nehmt Euch. Das war mein Handbike.